Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Hofbergmann Reloaded mit dem Paul und dem Simon. Hallo. 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 Und bist du schon von deinem Silo runter? Ja, immer wieder hoch, runter hoch runter, ne? 2% fehlt noch verdichtet und dann wird die Plane drüber geworfen. Wir müssten wahrscheinlich mit dem Radleiter nochmal vorbeikommen, dann das restliche Häckselgut wegmachen. Ja, ja. Krieg mal hin. Voraus geht es, wir kommen auch von diesem Feld hier runter. Wir sind immer noch auf Feld 9. Immer noch? Ja, da ist schon ordentlich was drauf, ne? Wir nähern uns so langsam den 50% zu des Feldes, die abgehäckselt sind. Ja, aber in ganz, ganz kleinen Schritten. Ja, wir können froh sein, dass wir hier keinen Zweireiher haben. Jetzt weiß ich, warum Box hier heute nicht da ist. Ja. Wir wollten ihn mit seinem Einreiher losschicken. Genau, ja. Ja? Die Zuschauer haben es bestätigt, sie wollten es auch sehen, also. Hat der Box der Spontane gesagt, Jungs, ich habe heute keine Zeit. Der hat die Kommentare auch gelesen, hat sich gedacht, oh nee, heute nicht. Heute ist ein ganz schlechter Tag, um Einreihe zu fahren. Oh, die Kabine von Klaas ist aber echt nice. Könnte man die nicht irgendwie noch höher machen? Ne, das war bei Krone. Ah, der Krone war das. Ah, schade. Sieh mal, ne? Da vorne kommt ein Raum, ne? Nur so zur Info. Ah, den häcksel ich mit klein. Ja, okay. Es gibt Sachen, ne? Die jucken den 7 und halb gar nicht. Ist gemietet, alles gut. Quatsch, einfach mal durch. Das ist ein bisschen gestrüppt da. Du bist gleich voll. Ja, komisch, ne? Wundert's dich? Voll. Habt ihr jetzt beide voll gesagt, obwohl da einer davon voll sein kann? Kein Kommentar. Finde den Fehler. Kröne, Synchron. Synchron ist einfach ein Fehler. Das heißt, das heißt Citroën, aber ist egal. Oh, nee, bitte nicht. Nein, kein Citroën. Kein Citroën? Das ist ja wie, keine Ahnung, wie so eine kaputte Zitrone. Nachfolger, eh gestoppt? Ja. Hast du Fett und New Holland in einem Mal runtergenommen, oder was? Ja. Aha. Stoppt. So nach dem Motto, hallo hier, Polizei. Wird einen Mann halten? Einmal rechts ran. Und die Kippe aus. Brauchen ist ja auch ungesund. Absolut. Oh. So, und weiter wird gehäckselt. Hexterfahrer in so einer Saison, die sehen ja auch aus der Häcksel gut. Oder außer das, was vor ihnen so kränk arbeitet, die sehen die am Tag nicht viel. Nee. Aber was man dieses Jahr gar nicht gehört hat, vielleicht habe ich es nur an mir vorbeigegangen, dass die Leute wieder so megagroße Schrauben in die Maiskolben reingeboxt haben. Dass die Häckser dann ausfallen. Das war schon auch der Fall, aber nicht so viel, ja. Ja, und Schrauben funktionieren ja nicht, Alublock. Alublock. Ja, weil Metall erkennt er ja. Du musst Aluminium nehmen, das ist nicht magnetisch. Kann ich dir dein Rohr klauen? Äh, ich weiß es nicht, auch weil das hergibt. Nein, dein Wagen ist zu nah dran, schade. Mach erst eben, er ist den Wagen voll. Ja, Werning, kannst du mir irgendwo hinstellen, ist egal. Muss jetzt nur gucken, dass ich hier die Kurve kriege. Ja, das war's nicht. Äh, so. Nicht so ganz einfach. Uh. So. So, sag Bescheid, wenn der voll ist, bitte. Dann komme ich später nochmal. So, was haben wir denn hier schönes alles, Jörg? Ich werde mal eine Runde dreschen, ne? Mach das. Können wir die Zeit... Warte mal. Warum ist noch nass? Ja. Geht. Jetzt sollte es eigentlich gehen, oder? Ja, geht wieder, ja. Deswegen hat es wahrscheinlich nur ein bisschen gefehlt. Ja. Wir machen das gleich fliegenden Wechsel. Fahr doch weiter. Geh doch. Ich hab da nur was abgestellt. Es ist kein fliegenden Wechsel, wenn du zwischendrin abstellst. Werner, ich hab dir da was hingestellt. Oh, als bin ich gerade in Dreschern gestiegen, ey. Ich weiß nicht, auf dem Rückweg werden wir gleich zurückfahren, dann kann ich mir vielleicht den anderen gleich mitnehmen. Habe ich hier eigentlich... Habe ich hier eigentlich einen Anhänger bekommen, die, ne? Ne, den hab ich vorhin rausgeleert, aber ich stell dir nachher einen hin. Jo, danke. Auf diesem Feld. Hier stehen zwei Traktoren rum, zwei Anhänger irgendwo. Das ist mittlerweile voll normal, glaube ich. Ich glaube, erst zum Ende, wenn wir wirklich, äh, zur nächsten LS-Version dann wechseln, müssen wir mal alles wieder einsammeln. Mal hochstellen. Ach nö, das ist zwischendurch auch eingesammelt. Man darf ja nicht vergessen, Paul ist eigentlich immer so ein bisschen nach der Aufnahme noch da und vor der Aufnahme auch noch da. Er räumt immer alles auf, was da rumsteht. Ja, oder unter der Woche, wenn ich keinen Bock hab, was anders zu machen. Äh, jetzt hab ich grad noch... Amt. ...frage. Ja? Gibt es kein größeres Maisgebiss? Doch. Der ist ja elendig, Alter. Sechs Meter. Also über die Hürde sind wir eigentlich schon hinweg, liebe Leute. Du kannst dir gerne alles kaufen. Ich frage jetzt, wie oft wir brauchen, wie oft wir das brauchen, weißt du? Ich brauch's einmal, dafür kaufen wir ein neues. Okay, mach das. Du musst ja auch wieder mein mögliches Highlight haben, weißt du? Okay. Alles muss größer werden. Wir müssen wachsen. In die Breite? Außerdem bin ich gerade... Ja, danke. Außerdem bin ich gerade in der Nähe des Händers, das trifft sich ganz gut. Also der Anfahrtweg war nicht so doll. Aber hier lächst du natürlich wieder, weil hier war ich noch nicht nach meinem Biss C neu machen. Und das Schildstand ist dieses Mal auch noch nicht da. Abrupptes Anhalten. Ja. Ja, das hat die Gemeinde erst vor ein paar Tagen installiert. Ja. Die Sabotage ist live hier. Muss ich mal nicht fahren nach der Bahn zu, egal ob ich voll bin oder nicht. Äh, ich glaub du wirst voll sein. Ja, ich glaub auch, aber ich mein nur. Ja. Mach das. Ich hab ja noch ein Eingang geschrieben. Ich bin gerade so schön an der Ausfahrt hier. Oh Gott. Das ging sich aber knapp aus. So, dann hol ich mir mal eben kurz den anderen Dinger. Ah, das sieht doch schon besser aus. Größe geholt, oder? Die Frage ist nur, ist das schon zusammengeklappt, dann hab ich ein Problem. Theoretisch müsste es zusammengeklappt sein, ja. Also, unser Neues ist zusammengeklappt so groß wie das Alte. Ja, irgendwer hat mal von effizienten Arbeiten gesprochen, ne? Ja. Man muss ja in den Regeln auch leben. Sagt ja auch keiner was dagegen. Ne, aber ich muss mich grad selber ein bisschen bestärken, damit das ein guter Kauf war, weißt du? Also. Wenn das hier so weitergeht, stehen ja gleich zwei vollen Anhänger rum. Ja, wir hatten auch überlegt, ob wir mit der Überladestation arbeiten, aber das hätte sich nicht gelohnt. Da werden wir zu lange beschäftigt mit Überladen. Da werden wir zu lange beschäftigt mit Überladen. Oh, irgendein Herr dreht hier grad durch. Der Tartar, glaube ich, ist das. Ja, der hat wahrscheinlich wieder irgendwas gefunden. Hm, ein Schild. Sag mal, warte mal. Ah, wie war, äh, Allrad? Hier, Shift 4. Ja, passiert nix. Okay. Was hast du für ein Fahrzeug? Drescher. Wie soll das eigentlich können? Wie können damals haben wir eigentlich noch in Lager? Äh, gar keinen mehr. Wäre das nicht irgendwie schlauer, die anderen Flächen irgendwie, äh, zu dreschen? Bin dabei. Nein, ich mein hier so 10 und 11 und so gedienst. Können wir machen. Huh. Also das Ziel war ja, den Ziller an der BGA vollzubekommen. Das haben wir definitiv gemacht. Alles andere ist nur... Bonbon. Ähm, Paul? Ja, ich bin unterwegs. Danke. Ja, okay, er steht an der Hofreinfahrt. Das macht nix. So, Karte noch. Wir können gleich ja vorbeikommen, ne? Bei mir ist gerade irgendein Fenster zugegangen. Ich weiß auch nicht welches. Oh, doch, ich weiß, das ist der Teamspeak. Lol. Warte mal einen Moment. Warum ist der Teamspeak jetzt zugegangen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Momentchen, Momentchen. Hallo. Hallo. Ich sage gerade in der Aufnahme, ey, irgendein Fenster ist gerade zugegangen. Ich weiß aber nicht welches. Jo, das hat sich dann schnell geklärt. Ich habe das nicht ausgemacht. Ja, schön. Fenster hat gesagt, er hat keine Lust mehr. Ich sage mal, irgendwas ist doch gerade hier heller geworden. Ach, du Scheiter, was wird wie ich ja? Alter. Dezent übertrieben. Was denn? Das Schneidwerk ist ja a-wartig riesig. Oh, ja. Das Problem ist, dass ich nicht mehr zu dir rüberkomme. Alter, wie viel Mist haben wir? Ach, fag nicht mehr Sonnenschein. Bei den Schweinen da quillt da ich einfach noch was über. Ja. Paul, das ist nicht dein Ernst. Was? Muss ich da rückwärts reinfahren? Ja, klar. Ich würde, der hätte jetzt da... ...besser durchgefahren. Ach, du musst jetzt die 6 Meter Spur runterfahren. Ja, was soll ich machen? Alter, ich unterschätze das große Rohr immer, ne? Sieben, ich wäre wieder bereit. Warte, ich kippe kurz aus. Du bist bereit und wir sind fertig. Das riecht sich gut. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen noch rum da. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Hofbergmann bis dahin. Macht das gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.